die hier langsam durchfließt, aufgeladen wird. Was ich also vorhin erzählt habe, dass diese Wassermoleküle nicht zusammengedrückt werden, sondern da sie langsam nur unter Schwerkraft hier durchfließen, werden sie durch diese Kristalle, die hier drin sind, energetisch aufgeladen. Und dann tropft das Wasser hier unten eben raus, hier unten in diesen Behälter. Und wir haben dadurch eben hochenergetisches Wasser. So, jetzt gibt es eine zweite Kartusche und wir stellen uns jetzt vor, die sieht ganz genau so aus. Das ist eine Neuentwicklung, Advanced heißt die. Advanced Filterkartusche sieht genauso aus, aber die Kohle, die jetzt hier oben drin ist, die filtert noch mehr. Ja, sie hat also eine sehr, sehr hohe Filterkapazität und die Schichten, die hier unten sind, sind auch ein klein bisschen anders angeordnet. Das heißt, diese weiteren Filterschichten haben eine noch höhere Fähigkeit, Energie abzugeben. Das heißt also, das Wasser, das hier durchfließt, wird auch im pH-Wert noch weiter angehoben. Ich sagte schon, normalerweise ist das Wasser etwa 7 im pH-Wert, das ist also das Neutrale. Und hier sagt man, hier wird es um 1 bis 1,5 erhoben, also das ist 8 oder etwas über 8. Also das Wasser ist noch basischer und unser Körperwasser muss natürlich basisch sein, das ist ganz wesentlich unser Blut. Unser Blut ist auch basisch bei 7,4 und es wird also immer genau gepuffert, dass es exakt bei 7,4 bleibt. Und unser Gewebe sollte natürlich auch über 7 liegen, aber leider ist es natürlich durch verschiedene schlechte Ernährung, dass unser Gewebe natürlich oft sauer wird. Und darum sagt man, man soll sich also sehr bemühen, Nahrung und Wasser und so weiter zu sich zu nehmen, das eben im basischen Bereich ist. Und die Advanced Filterkartusche hat natürlich nun die Möglichkeit, das Wasser basischer zu machen. So, und die Advanced Filterkartusche wird natürlich genauso eingesetzt, ist etwas teurer, wird also genauso wie hier einfach eingesetzt. So, ich will das nochmal zeigen, man schraubt das also hier einfach wieder drauf. So, jetzt gibt es ja noch den Kalkfilter. Und der Kalkfilter wird natürlich immer dann genommen, wenn das Wasser relativ kalkhaltig ist. Bei der Premium, der herkömmlichen Premium Kartusche, da ist das Filtermaterial so, dass eigentlich der Kalk recht gut rausgefiltert wird. Haben wir jetzt die neue Advanced Kartusche, dann sollte der Kalkfilter mit eingebaut werden. Der hier oben einfach eingesetzt wird. Der wird also eingeschraubt, da gibt es noch einen extra Schraubverschluss. Und die Befüllung dieses Kalkfilters kann man immer wieder nachfüllen. Und der Kalkfilter wird also mitgeliefert mit dieser Advanced Kartusche. Das heißt also, wenn wir die neue Advanced Kartusche nehmen, dann sollte ein Kalkfilter dabei sein. Aber wir brauchen keine Mineralsteine. Das werde ich nachher noch zeigen. Wenn wir die herkömmliche Premium Kartusche haben, dann nehmen wir noch Mineralsteine, die hier drin liegen. Das sind besondere Mineralien, die aus Korea kommen. Und die werden ionisiert abgegeben, sodass diese Mineralsteine das Wasser, was hier rauskommt, auch sehr basisch machen. Haben wir nun die neue Advanced Kartusche, brauchen wir die Mineralsteine nicht, weil die Advanced Kartusche das Wasser an sich schon basisch macht. So, also beide Kartuschen werden so eingeschraubt. Das bleibt und du siehst, das ist alles sehr einfach. Man setzt das dann hier einfach wieder rein. So. Und dieser Vorfilter, der wird einfach hier raufgeschraubt. Das zeige ich dann später nochmal, wie der raufgeschraubt wird. Und man setzt das einfach hier rauf. Du siehst, das ist also sehr einfach zu bedienen. Das geht sehr schnell und die einzelnen Teile, dieser Keramikvorfilter und diese Kartusche, die sind auch recht preisgünstig im Einkauf. Und so kann man den Filter dann irgendwo hinstellen. Wenn man weniger Platz hat, kann man diesen unteren Teil auch wegnehmen. Das zeige ich auch später nochmal. Oder diesen oberen Teil braucht man nicht unbedingt hier abdecken. Man kann ja auch so eine Platte drauf machen. Aber hier kann man zum Beispiel auch Wasser einfüllen und das Wasser so eingießen. Oder man stellt ihn dann eben so hin. So. Das ist eben der große Filter. Und in dem anderen Video wirst du jetzt sehen, wie man den zusammenbauen kann und wie man den noch nutzen kann. Und in dem anderen Video wirst du jetzt sehen, wie man den anderen Video wirst du jetzt sehen. Und da sagen, wie man den tagest. Untertitelung des ZDF, 2020